Yo Leute, da sind wir auch schon wieder zurück hier in Minecraft Hardcore Edition und ja, ich hab gerade eben ganz viele verschiedene Einstellungen gemacht bei Optifine, hab mal alles zurückgesetzt, hab mal ein bisschen umgebastelt. Die Frames gehen leider nicht weiter nach oben. Muss ich mal gucken, wie ich das beheben kann. Und dann würde ich erstmal sagen, wir sind letztes Mal ja hier stehen geblieben. Ach du Scheiße. Der kleine Pisse, oh nein, da ist ja noch ein. Oh, 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 oh Gott, das ist, das ist, das ist schlecht. Okay, ganz ruhig, wir schaffen das. Lass mir den Großen hier weg. Guck mal, weil diese kleinen Viecher hier angelaufen. Geht doch so nicht. So. Hätten wir das also. Hätten wir das Fleisch hier wieder rein. Ja, das Venue hier ist kleiner geworden. Komischerweise. Kann ich gerade nochmal gucken, wo war das? Hier. Large. Auto. Okay. Small. Normal. Large. So hatte ich das. Ja, so hatte ich das. Das sieht schon besser aus. Okay. Ähm. Als nächstes, ach ja, warte mal, ich kann doch hier draus was machen. So. Hier war Farbstoff. Warum auch immer. Warte mal. Zack. Zack. Yeah. Gelbe Tunika. Passt doch eigentlich. So. Jetzt, wo ja eh Nacht ist, können wir aber trotzdem auf Spinnenjagd gehen. Genau solche. Ja komm, explodier doch. Explodier doch. Aber nicht bei mir. Aua. Er hat einfach die Spinne. Warte. Ähm. Hä? Bitte was? Warum? Hä? Ähm. Ach so, lol. Jetzt erst. Okay, ich dachte schon gerade, warum kann ich durch die Welt gucken? Warum kann ich mich dann nicht auf das Gras drauf stellen? Schon gerade extrem gewundert. Gut, ja, die Bäume hier sollten ja eh noch weg. Von daher hat der Creeper ja schon mal angefangen damit. Das kann ich ja irgendwann fortsetzen. Die Erde muss ja noch weg. Die kann ich dann einfach wieder reintun, das Loch. Wir haben zwei Strings bekommen. Essen brauche ich gerade nicht. Wir können ja wieder Kühe jagen. Aber ein paar jagen, ich weiß schon, was ich mache. Boah, so eine Kackfledermaus, ey. Ich mag die Fledermäuse gar nicht. Sklette würde ich ja gerne angeheifen, nur... Also, ich glaube, da verliere ich. So, erste Kuh. Zweite Kuh. Zweite Kuh. Geh doch schnell hier. Die kommt noch weg. Da will ich nicht reinfallen. Die auch. Und du auch. Sammeln wieder ein bisschen Essen. Da ist eine Spinne. Hier ist gerade ein Zombie gestorben. Gut, da haben wir wieder ein String. Da habe ich ja schon mal wieder alle Strings. Für was anderes diesmal. Ich gucke jetzt hier nur gerade mal so rum. Da hinten sehe ich Kohle. Da ist ein Loch. Okay, also eine Art Höhleneingang. Kann ich jetzt hier ohne runterzufallen die Bäume entlanglaufen? Dürfte ja gehen. Nein, Sklette, du hast mich nicht gesehen. Genau. Einfach weg gucken. So ist gut. Blöde Skelette immer. Klimpert damit. Oh, da hinten ist noch eins. Da mit verzaubertem Bogen. Das ist doof. So. Wie war denn das? So und so. Stimmt's? Yep. Bow. Ich mag den Bogen. Jetzt brauche ich nur noch Pfeile. Und den muss ich entweder von den Skeletten holen. Oder selber craften. Allerdings brauche ich da für Hühner. Oh Gott. Toll, reicht das? Ne. Reicht nicht. So, 13 Kohle sozusagen. Guck mal schon. Sechs Leder haben wir. Moment. Es braucht sieben. Ja, okay. Dann haben wir sieben Leder. Zack. Und schon haben wir eine Lederhose. Die färben wir jetzt auch wieder gelb. So. Ey. Zack. Angezogen und ja. Passt ja zu mir. Sieht schon ein bisschen goldend aus, sag ich mal. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Hier wächst hoffentlich alles ganz gut. Hier wächst hoffentlich alles ganz gut. Muss mich gar nicht so angucken. Genau. Schön weggucken. So, wir sollten auch bald mal auf die erste Höhentour gehen. Allerdings müssen wir da ja auch aufpassen. Können wir ja auch schnell sterben. Ich dachte, das wäre ein Skelett. Ich möchte die Skelett wieder weg haben. Allerdings, wenn ich da weg bin, dann verschwinden die ja von selber. So, jetzt zu meiner Idee mit dem... Ja, ne, die Idee, die ich hatte. Kann ich jetzt hier grad nochmal weitermachen. Ja, da ist ein Kollege. Hallo, Kollege. Oh. Ha. Hui. Habe ich ne... Okay, gut. Das muss ich mir merken. Ähm, habe ich Erde dabei auch nicht. Gerade nur mal einfach mal so. So, vier Stück müsste reichen. Und... Dann... Zack. Zack. Ja, da kommst du nicht durch, ne? Doof gelaufen. So, ich will nämlich dort das Eisen auf jeden Fall haben. Und kommen wir jetzt ja gleich nochmal zurück. Ess ich lieber mal was. So, eine Spitzhacke. Steine Spitzhacke. Holz ist zum Glück bald kaputt. Und dann mal tauschen. Und dann mal tauschen. Lalalalala. Ne, da will ich nicht runterfallen. Ich dachte, der wäre jetzt durchgekommen. Gut. Nehmen wir schon mal ein bisschen Neuessen mit. So, sonst noch hier irgendetwas. Creeper sind wieder geflohen. Dann gehen wir mal zurück. Zehn Eisen waren das jetzt. Das heißt, wir könnten damit dann ja schon mal... Ja, irgendwas aus Eisen machen. Wie zum Beispiel ein Schwert oder so. So, dürfte erst mal ein bisschen reichen. Steine habe ich ja hier noch. Okay, warte mal. Vier für ein. Moment, ich muss kurz überlegen. Habe ich das jetzt durch? Zwo, vier, sechs. Habe ich das hinbekommen? Ne. Ich schaffe nur vier. Naja gut, ähm. Ich hatte nämlich hier etwas vor. Und zwar folgendes. Ich weiß noch nicht, wohin der Weg verlaufen wird. Ich denke mal hier so durch. Okay, die Teilen, das kann ich auch erstmal aufbewahren. Kann man ja immer noch machen. Was ist denn jetzt hier schon fast fertig? Das ist sogar fertig. Ja, gut. Ich bin keine Weizen. Jetzt habe ich auch nur eins. Aber wir müssen mich verarschen, Alter. Toll. Hat es gar nichts genutzt. Doch, wir haben jetzt ein Brot. Wow. Gut. Gut, dann kommt das hier auch erstmal rein. Dann hole ich jetzt erstmal Stein. Und ich sollte mir nochmal eine Schaufel machen. Mache ich mir mal zwei. Ach ja, so. Ich... Obwohl, ich... Ich wollte nämlich jetzt Kies holen, aber ich weiß ja gar nicht, wo Kies hier ist. Das ist natürlich doof. Ich holte jetzt erstmal den Baum hier ab. So, gehen wir rein hier. Das zu machen. Das wird jetzt zwar nicht ganz reichen hierfür, aber egal. Muss ja auch nur ungefähr zu sein. Reicht fast. Reicht genau. Lol. Nice. Gut, diese schwebenden, kaputten Bäume. Kann ich ja erstmal die Stämme abreißen. Da sieht er hässlich aus. So, das geht auch noch weg. So. Ähm, das kann ich ja eigentlich... Idee. Ich einfach reintun. Das kann ich fürs Haus weiterhin gebrauchen. Und ja... Dann müsste aber im Berg, müsste es auch irgendwo Kies... ...das hier geben. Oh, Strömung. So, nehme ich mir einfach mal... Ich verstehe allerdings, warum das Kast hier unter Wasser grün ist. Das ist schon sehr merkwürdig. Hier ist mein ganzes Kies einsammele. Ey. Oh, Alter, diese verkackten Strömungen. Ich hab was im Auge. Ah, juckt. Aua. So. Äh, hoch. Es wird schon wieder dunkel. Es geht aber viel zu schnell. Brauche mehr Spinnen. Durch dich dann in dein Bett machen kann. Und der Creeper, der backt auch ein bisschen rum. Der Weg verläuft dann einfach... Ja. Hier. Hier verläuft der Weg. Kann ich das schon mal so ein bisschen so machen. Aber, den heißt, wie ich das genau machen will und was ich da genau machen will, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Minecraft Hardcore Edition. Ja, wir sind weit gekommen heute. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.